Mein Name ist Nada Elazar, ich bin 24 und ich leite das Kulturresort beim Biber Magazin. Das Biber ist ein transkulturelles Magazin für neue Österreicher, wie wir sagen. Das heißt, unsere Zielgruppe setzt sich zusammen aus Wienerinnen und Wienern in zweiter, dritter Generation. Mit Biber meinen wir nicht das Nagetier, sondern das bedeutet auf türkisch Pfeffer und auf bosnisch, serbisch, kroatisch Pfeffaroni. Unser Motto ist, wir machen News mit Schaf. Immer zum Wochenende, wo wir erscheinen, kann man Biber aus Selbstbedienungstaschen in der ganzen Stadt bekommen. Wir bekommen eben Sachen aus unseren Elternhäusern mit, wir sehen Dinge in unserem Umfeld und reifen deswegen halt auch gesellschaftskritische Themen auf und kümmern uns einfach um all die Themen, die von den Mainstream-Medien nicht so abgedeckt werden. Es ist generell eigentlich auch ein sehr Wien zentriertes Magazin. Also wir fokussieren uns da eigentlich auf die Stadt hier und welche verschiedenen Communities und verschiedenen Leute hier leben und was ihre Lebensrealitäten sind. Wir greifen so viele verschiedene Themen auf, die sonst unterm Radar sind und können eben auch Randgruppen quasi vom Herzen von Wien aus dieses Sprachrohr anbieten. Deswegen ist der Standort hier eigentlich etwas ganz Besonderes. Das Biber erscheint leider nicht täglich, sondern nur sieben Mal im Jahr derzeit. Deswegen ist es eben sehr wichtig für uns, dass wir eben online parallel einfach zu aktuellen politischen und sozialen Themen laufend Artikel hochladen und ergänzen. Wir unterscheiden eigentlich nicht groß zwischen Print versus Online-Themen. Der Biber Newcomer ist unsere Schülerredaktion. Wir haben nämlich ein Projekt, wo Redakteure in die Schulklassen gehen, eine Klasse für eine Woche übernehmen und mit zwölf, dreizehn, vierzehnjährigen Schülern zusammen wird eine Ausgabe erarbeitet und das ist halt für die Kids das Größte, wenn sie dann in der nächsten Ausgabe sehen, dass einer ihrer Texte da drin ist. Die Biber Akademie ist unsere Kaderschmiede sozusagen. Für Leute, die sich für Journalismus interessieren, bieten wir zwei Monate Praktika an. Das heißt, sie kommen in die Redaktion, sie brauchen überhaupt keine Vorkenntnisse, müssen nicht Publizistik studiert haben, müssen nicht einmal Österreicherinnen und Österreicher sein, können bei uns reinschnuppern, sie erarbeiten mit uns gemeinsam eine Ausgabe, sind bei Redaktionssitzungen dabei und wir zeigen ihnen quasi on the job, wie sie Artikel schreiben oder Kommentare. Die bringen halt auch immer eigene und besondere Themen mit, wo Biber ihnen eine Möglichkeit gibt, eine Plattform zu haben, um das zu sagen, was ihnen wichtig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.